So, man hat mir ein bisschen das Vatux. Nach dem Extermination Disaster. Ok, ich dachte schon, es ist kein Sound. Bin ich jetzt hier hoch? Ah! Yeah, First Try! Fuck! Na, ein paar Eiswürfler. Komm, ich darf den Kiko drauf. Hm. Oha! Ach Mann, ey. Die ist ja gar nicht. Warte, nee. Das ist ja mal ein Schicks. Oha! Oha! Wie soll ich das achten? Das ist ja mal ein Schicksal. Oha, ja, das ist ja mal... Oha, das ist ja mal ein Ritz. Oha, ja, das ist ja mal ein Ritz. Oha, ja, das ist ja mal Ritz. Oh Oha. Oh. 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 Hierhto. So, messst du dir ein paar. Das war dum. Ich mach doch mal unten. Wow. Das war dum. Das war dum. Ah. 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 Oof. Das war dum. Oh. 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 Hä, wieso habe ich nur noch die kleine Form? Wollt ich gerade getroffen von dem Team oder irgendwas? Ich guck's doch nicht. Nein, das ist auch wieder nichts. Ja, komm, das ist doch ein Witz. 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 Das war's für heute. Bitte Sonne, geh weg! So, da muss ich jetzt aufpassen. Ah, da kommt auch schon. Okay. Ist da noch einer? Na klar, kommt auch noch einer. Oh, Alter, so gut, aber so gut, ja gut, ja gut, ja gut, ja gut. Guck mir aus, wie. Na komm. Hab nicht. Oh. Scheiße. So, war ich hier etwas zu langsam. What? Ist das so eine Stufe oder sowas? Keine Ahnung. Oder auch wieder so hoch. Achso, klar, da komme ich hoffentlich da. Oder wo ist das hier? Aha! Das war da schon. Oh, Alter. Ja. Das ist ja schlimm hier. Das war mal wieder ein Level, Alter. Oh, Mann. Mal gestorben und dann erst mal 20 Versuche gescheitert. Na gut, ich saue mir vor. Und dann ist das schon mal gescheitert. Na gut, ich saue mir vor. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.